Hallo, das ist Naruto1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Syndicate Part 91. Oh mein Gott, kann doch nicht wahr sein. Warum ist das schon gefehlt, Alter? Das ist raffisch irgendwie nicht. Hä? Ach, alles klar, ich weiß, was das war. Ich muss schnell reagieren, glaube ich. Schon kapiert, ich glaube, ich muss bei dem Scheiß schnell reagieren. Neuer Versuch. Sorry, dass es die ganze Zeit so ausartet. Tut mir leid, aber ich muss hier mich ein bisschen beeilen, gerade gleich. Hör auf. Ja, Leute, wie soll ich das machen? Verarscht ihr mich jetzt gerade? Ja. 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 Äh, Leute! Ja, Leute! Leute, ernsthaft, ich probiere es jetzt noch einmal, weil das kann nicht sein. Warum, dass der immer so schnell den scheiß Buchhalter tötet, Alter? Was mache ich hier falsch? Oder muss ich mir den scheiß, ich muss mir sonst den scheiß mal angucken, wie das gehen soll, Alter, wirklich. Ey, seid ihr ein... Leute, ihr verarscht mich doch... Das Spiel, das verarscht mich doch gerade. Ernsthaft, ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ey, Leute, ihr übertreibt gerade, wisst ihr, dass ihr übertreibt gerade derbst? Ich mache das noch einmal, wenn es nicht klappt, dann höre ich hier auch... Dann gucke ich hier im Internet nach, Alter, das kann nicht sein. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich probiere jetzt noch einmal kurz was anderes und dann ist wirklich hier Enkeli-Schlüssel, dann habe ich echt keine Lust mehr. Sorry, tut mir leid, weil... Das ist mir dann zu doof. Alles, wie ich es ausprobiere, ist alles verkehrt. Und das ist das Nerven daran gerade. Alles, was ich probiere, ist verkehrt. Das ist doch scheiße, Alter, ernsthaft. Hey, sorry, Alter, jetzt verarscht ihr mich aber gerade. Jetzt verarscht ihr mich doch ein bisschen. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber jetzt verarscht ihr mich doch gerade. Jetzt verarscht ihr mich gerade. Was soll ich machen, Alter, seid ihr dumm? Wenn ich dann... Wenn ich dann... Erstmal ein bisschen brauche, dann... Guck! Hey, Leute, ernsthaft? Ich hab so... Ey, ich hab gleich... Wirklich, Leute, ich hab so gleich keinen Scheiß mehr auf dem Mist. Wirklich. Was ist das für eine Scheißaufgabe? Was ist das für eine verfickte Aufgabe? Was ist das für eine Scheißaufgabe? Endlich, Alter, das... Ey, ohne Witz. Das ist... Was soll... Was war das für eine Aufgabe für eine Behinderte? Endlich geschafft, ey. Verdammt. Jemand mischt sich in unsere Angelegenheiten. Findet und tötet ihn. Nein, nicht geschafft, warum wir den Scheiß schon mal aufheben. Wir müssen den Buchhalter mitnehmen. Sie werden ihn sonst umbringen. Na, verschwinden wir. So. Danke vielmals, die... Die hätten mich umgebracht. Wie kann ich das wieder gut machen? Wir müssen wissen, was die Kompanie mit dem gestohlenen Gold aus dem Punjab vorhat. Das weiß ich leider nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es zu einem Lager in Sadrach gebracht wurde. Was Sie auch vorhaben, es ist nichts Gutes. Wenn ich dich fange, wird es dir noch schlechter ergehen. Lasst uns Spaß haben. Ey, kann man mal anders sagen, wo ich hier hin... Nein, zu feuern. Wir haben eine Verstärkung. Wie wirst du brauchen? Wisst ihr, wie das ein scheißegal ist gerade? Ich habe sie. Ich habe sie. Du bist echt ein Schisser. Sie ist doch. Weg. Hin will ich. Ey Leute, kann mir mal anders sagen, wo ich jetzt... Alter! Kann man mal anders sagen, wo ich hier in dieser verfickten Bank hin soll? Oh, Alter! Jetzt stehen wir da. Ich muss noch einmal hier einen Nervsleiter. Ich weiß, ich muss nach oben, aber ihr seid so behindert im Kopf. Wo soll hier ein Ausgang sein? Kann man das anders sagen? Toll! Ihr seid so bescheuert! Leute, ihr ernsthaft? Jemand, wo sich so eine Aufgabe ausdenkt, der muss echt dumm sein. Tut mir leid, aber... Hilfe! Ich will doch nicht hierbleiben! Ja, weißt du auch gar nicht, aber ich suche doch gerade den Ausgang. Verdammte Angst! Wir zeigen den Uniformen, wie das geht! Ihr wollt ihr mich krass? Leute, ihr wollt mich doch verscheißern, Alter! Hier nach oben, toll! Wie... Wohin? Wohin? Wo soll ich nach oben, Alter? Verarscht ihr mich jetzt? Komm her, einen Moment. Was ist das für eine... Sorry, Leute, aber was ist das für eine Scheiße gerade? Was ist das für eine Aufgabe? Hier ist nirgendwo... Ey, Leute, hier ist doch kein Aus... Klar! Hier drüben ist dieser Drecksausgang, oder was? Ey, f... Leute, ernsthaft? Es ist doch... Du kannst mir nichts vorschreiben! Lasst uns was haben! Leute, das ist doch behindert! Haltet sie auf! Scheiße! Ich habe sie! Ich muss mir ein... Scheiße! Wir sind die Vierer, der Hinschel, der Hilfe geht ihm los! Oh ja! Und singelt sie! Oh ja! Oh! 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 better! Ja! Ey das ist ja auch scheiße! Ehh... So binhalt wie die Bank ist! Ey, wer baut so viele scheiß Dinger in ein Ding rein? Alter! Wirklich! Das könnt ihr mir echt erzählen, so eine Scheiße hier, wirklich. Leute, ernsthaft, das ist... Das ist... Ernsthaft, sorry, dass ich das sagen muss. Das ist der größte Scheißdreck. Diese Aufgabe. Erst zeigt sich die ganze Zeit nach oben, du musst nach oben, nach oben, nach oben. Und was ist? Du fällst diesen Drecksausgang, ne? Du darfst da eine Weile rumgammeln, bis du diesen Scheißausgang findest. Wenn ich den Scheiß nochmal machen darf und den töten darf, dann rass dich aus. Okay. Ich weiß, sie nimmt ihn gerade mit. Werfen wir schon, Alter, okay? Weg. Ein Eindringling! Nimm sie! Ja, und du schlägst ihn nur rum und machst gar nichts, Alter. Wirklich. Ich soll den Typ nehmen und du machst gar nichts, wirklich. Echt nett bist du, wirklich. Echt super bist du. Echt eine super Hilfe bist du, Ernsthaft, Alter. Echt eine verdammte Hilfe bist du, wirklich. Du bist echt eine Scheiß-Hilfe. Passt auf! Sie ist hier irgendwo! Wir sind hier auf den Fersen! Ich muss jetzt kurz zum Ausflug hin schaffen, das ist okay. Dann muss ich den kurz hier ablegen und dann habe ich den... Jetzt reicht's. Du hörst jetzt mal auf dich hier. Die blocken, die Webe. Ja, ist aber schon verschlüsselt. Warum du machst gar nichts, Alter? Weg. Jetzt nimm ihn auf, Evie. Mach hin jetzt. Wir haben nicht viel Zettel in den Scheiß. Jetzt beweg doch dein Hintern. Evie, mein Gott. Du, dann bring ihn auch. Nicht ich. Ja, was ist denn? Alter, du bist so... Jetzt fahr. Vielen Dank, Miss Frey. Meine Güte. Wenn ich ihn jetzt wegen dir fahren durfte, Alter, dann hätte ich dir einen reingegeben, Alter. Unendeckten bleiben. Ja, schön unendeckten bleiben. Will ich das machen? So ein Scheiß auf unendeckten bleiben. Das war schon... Das hat mir schon gerade... Der Scheiß da aufgeregt, dass ich den Scheiß jetzt hier schon... Das hat mir schon gerade gereicht, dass ich den Scheiß auch noch machen durfte, Alter. Nervt jetzt nicht. Das hat mir... Endlich geschafft, diese dreck hier. Ja. Ernsthaft, Alter, das ist, ey, das war echt eine Scheißaufgabe, sorry Leute, aber Ich habe mehr über das gestohlene Gold herausgefunden, kommen Sie zu meiner Kutsche Das ist äußerst seltsam, die Ostindien-Kompanie macht gemeinsame Sachen mit dem Templer-Orden, aber warum, vielleicht erfahren wir es nie Der Buchreiter hat verraten, dass eine Ladung mit gestohlenem indischen Gold in einer Kutsche in einem Lagerhaus verstanden ist Wir müssen schleunig noch hin Wir müssen die Kutsche finden und es zurückholen Was tun Sie dabei? Nun, ich unterstütze Sie natürlich Ja, ja, das habe ich gesehen, wie du mich unterstützt, Alter, das habe ich gesehen Das habe ich gesehen, wie du mich unterstützt hast, ohne irgendetwas, das habe ich gerade gesehen, wie du mich unterstützt, Alter Was soll ich, dass hier eine Pfeile hinten drin ist? Kollege Das ist, das Gold muss hier irgendwo sein Ah Alles klar Hier muss das Gold versteckt sein So Digga, das habe ich gesehen, wie du mir helfen willst Das habe ich gesehen gerade, wie du mir hilfst Habe ich vorhin gerade gesehen Du hast mir nämlich dem Scheißdreck geholfen Gut, dann bin ich jetzt hier im Fall Wir machen dann morgen weiter Also würde ich eine schöne gute Nacht Abonnieren Und In die Kommentare schreiben Das nicht vergessen, bitte Danke, dann wunderschöne gute Nacht Dann bis morgen Ciao